Guten Tag, der ERA ist wieder da. Wir spielen Guildfall und ja, wir haben die Gefangenen befreit und ich habe die letzte Folge beendet, ohne den Abschiedsmonolog zu lassen. Also sie unterhalten sich, sie sagen Danke. Mehr passiert da tatsächlich nicht, sondern die Truppe sagt einfach Danke. Und wir haben sie befreit und jetzt reisen wir zurück nach Hikmetz, zum Dessert-D-Wohnsitz, schlafen da bis zum nächsten Morgen. Und dann, Freunde, gehen wir wieder mal den Gouverneur anscheißen, der immer nämlich von nichts gewusst hat und der sich ganz dolle wundert, dass wir immer angegriffen wären und dass das immer ganz komisch läuft. Das findet er tatsächlich, glaube ich, auch ganz dolle traurig, dass das immer so passiert. Kann ich sagen, ist nicht so einfach. Naja, wir gehen da mal gucken. Und dann hoffen wir, dass wir ihn heute als Unterstützer und, äh, Hilfskraft bekommen können für unsere, äh, Mission, unseren Cousin da umzubringen. Aber, so, wir schauen mal. So, Lappen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh Gott, muss ich jetzt noch verfolgen? Das ist es nicht. So, dann müssen wir jetzt zum Anfang. Wo ist der Anwalt? Oh Gott. Was für eine Bude. Guten Tag. Hallo. Hallo. Oh. 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 Anh. oh. Where komm ich jetzt da hin? Hier lang. The north is in the port. You know? Und dann beim Zeugen beseitigen ich bin hier. Hmm. Ja? Okay, gut. Zeuge haben wir auch. Das ging schnell. Oh, eine gebleichte Beckenhaube. Das sieht nicht so scheiße aus wie würde. Wie ist denn bei meinem Freund Kurt? Was hast du? Ah ne, da hat die Kommandantenbeckenhaube. So, dunkle Kröver analysieren lassen. Das sieht doch hier nach dem nächsten aus. Ich habe jetzt die Mauer da weggespringt, bin ich doof. Nur mal so als Frage. Hier geht es rein. Na ja, sind wir eh mal drum herumgerannt haben. Hi. Okay. So, untersuchen wir. Ich mache es ein bisschen kürzer. Schwarzes Blut. Oh. Malikor-Ansteckung. Das sind wir noch gut angesehen. Ja, sind alle schuldig und klar. So. Du bist ne blöde Kuh. Gut. Da fällt mir grad ein, wir müssten kommt, was wir uns von diesen Zweihandschwertern geben. Ich bin voll der Trottel. Das fällt mir gerade so ein, dass wir da hätten. Mit Aphra müssen wir noch reden. Und da geben wir kurz mal hier eins. Wir haben einen Haufen legendäre Zweihandschwerter. Und der rennt hier mit dem Kack Stahl zu einem da rum. Also ehrlich mal. Das macht dann Aphra hier. So, genau. Gucken wir mal, das Verstorbenbruchkönig-Winwerchschwert. So, guck mal her. Kurt, mein Freund. So, guck mal. Äh. Warum? Warum? Ähm. Zweihwert. So. Nee, warte. Hä? Hier kommt Kurt. So. Kann ich ihm nicht geben. Zweihandschwerter, Beweglichkeit. Zwei. Kurt hat Beweglichkeit. Hm. Wo sehe ich das? Das Laufenscheiß. Hm. Okay. Schade. Geh weg. Ich möchte kein DSC kaufen. Oh. Ey, Alter. Das funktioniert. Sowas geht. Das Hammer. Das ist schade. So, in der Landaphra. Erzähl mal. Jo. Äh. Ja, ich wusste ein bisschen was. Er war brutal. Wie ist er meint das jetzt schnell hier? Ja, 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 ja. Okay. Ja, nicht jedes Opfer. Siehste? Okay. Okay, das läuft. Wir haben sie durchgekehrt. Siehste? Okay. Die schlacht auch für uns alles. Mit Schüler? Okay. Hat nichts geteilt. Das ist wahr. Aber was anderes? Okay. Das Ritual hat diese neue Vision gemacht. Ich hoffe, ich werde glücklich sein. Wir haben jetzt unglaubliche Erinnerungen. Und ich kann nicht vorstellen, diese neue Leben ohne dich. Was anderes? Oh. Ah, Frau Markus jetzt mehr. Das ist aber schön. So, jetzt haben wir so viele Zeugen. Jetzt haben wir hier... Muss ich jetzt echt die Eingeborenen auch noch ranholen? Dann können wir ja gleich von hier aus reisen. Ach, Mann, 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 Mann. Ich bin doof. Hier ist mein Haus. So. Ich kann nicht sagen, ich dachte, ja, das ist jetzt bald vorbei. Dann kommt dieser Hick mit Heini und kommt mir hier so dumm. Erzählt mir von, weil ich müsste hier noch richtig ran, richtig ran klotzen, muss ich hier. Mann, 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 Mann. So, weiter geht's. Den kriegen wir schon verurteilt, den Arsch. Doktor Mengele. Los geht's. Guten Tag. Hallo. Nichts, das ist gut. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Aber sie sind sicher. Dankeschön. Ich bin froh, dass sie besser sind. Ich bin froh, dass sie besser sind. Ich komme um deine Hilfe zu ermöglichen. Der Doktor, der hat einen Kratzen oder ihn verabschiedet hat. Der Doktor, der sich verabschiedet hat. Die Person hat sich verabschiedet. Er hat viel Unterstützung von ihm. Er hat sich in den Menschen. Er ist ein guter Mann, und der was er gemacht hat. Okay. Sehr gut. Komm. Nee, mit der? Mit Siora kriege ich nichts mehr auf die Kette. Das ist ein bisschen schade. Ich dachte, da geht noch ein bisschen was. Ich und Siora, das wäre doch ein heißes Team. Aber nee. Siora und ich, das wird nix. So, wo ist denn jetzt hier immer so ein Reisepunkt? Siora. Hat sich versteckt. Hinterm Bäumchen. So, jetzt kommen wir hier am Händler vorbei. Pass auf. Hallo Händler, guten Tag. Warte mal, der hat doch bestimmt irgendeinen Zweihänder, der für Kurt geeignet wäre. So, Klemmer des Leutnants. So, jetzt gucken wir mal. Gut, toll ist das. Das ist doch ganz geil. Kann ich da noch was dran machen? So, jetzt zeigen wir mal her hier. Knauf. Rüstungsdurchdringung. Hier gibt es noch ein bisschen Schaden. Rüstungsdurchdringung im großen Stil. So, machen wir das. Cool, siehste. Kriegt er zumindest so ein Schwert. Das ist doch okay. Wenn er schon das Legendär nicht anziehen darf. So, Wissenschaftler in Hikmet. Na, hier schlussdurch eine Anzeige zusammen, du. Da ist wieder kein Stich. Anzeige ist raus, sag ich dir. Wieder die Hütte. Hätte ich denn noch mit jemandem anders reden müssen? Zack. Guten Tag. Ich habe hier im Haus jemanden vergessen. Das ist ja echt ärgerlich. Oben ist noch jemand. Na, das ist nicht so cool. So, Freunde. Hier noch einen. Guten Tag. Ich dachte, da ist es. Ist es aber gar nicht. Dann fiegt sie nicht weiter. Sag mal. Forschungsunerlagen von Dr. Unwur. Können wir mal rüber gehen, vielleicht? Hallo. Mann, 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 Mann. Ah, hier. Oh. Die Arschkram. Na, die kann ich ja leiden. Ja. Ja. Was ist dein Rekord? Was ist dein Rekord? Ich bin in charge of the Governor's Laboratories. Above all, die searcht. Now that we have access to my colleague, a silly. So the crimes he committed while conducting him. He will be judged for that. Ja, okay. Der macht weiter am Essendiezeug. Na klar. Na klar. Ja, das ist immer noch ein großer Rekord. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. So are you ready to defend a man who used to torture and murder to advance his research? Indeed. Because I think the entire work of a scientist should not be judged on a single mistake. Oh, krass. It is obvious that he should not have used such methods. But a silly has never been very political. I doubt he understood the implications of his actions. Krass. So you're saying the only problem in this case is political? Essentially, yes. The war he nearly caused, but let's not fool ourselves. Die Wilden kann man kennen. So, im Stolz schmeicheln. Aufgegebene Forschung. Okay. Er hat aufgehört wegen der Silly. Okay. 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 Könnte unabhängig arbeiten. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ist für uns. So was von an die Eier. Vier Teilen foltern, aufhängen und nochmal essen. Das wird die Todesursache werden. Am Ende tot durch aufessen. Das wird super. Stell dir mal vor, es hätte früher so eine Henkers Mahlzeit gegeben. Also sprich, du wurdest vorteil zum Tod durch aufessen, dann kam der Henker und hat dich aufgegessen. Das war die Henkers Mahlzeit. Das wäre doch mal eine geile Todesmethode gewesen. Ich vorteile dich zum Tod durch aufessen. Würde du jetzt dich selber essen müssen und nur die letzten Reste hätte dann der Henker gekriegt. Geht schon wieder um die Wude drum herum gerannt. Guck's dir an, habe ich großartig gemacht. Ja. Drei Stunden, die alle gleich erzählen. Guten Tag. Ja. Alles gut. Ich muss jetzt alles erzählen, was auf Zeugen. So. 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 Haben wir alles. Ich sage jetzt, dass wir alles haben. So. 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 Wir können nicht teilhaben. Nochmal. Okay. 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 Ja, die sind alle schon. Die wissen, dass das nicht gut. Oh, verändert die Geschichte. Gehe mit Afra zur Exekution. Okay. Tod durch Aufessen. Gleich kommt der Henker, zieht Messer und Gabel und dann. Gnade ihm Gott. Ist halt schade, dass man keine Zweep-Quest parallel machen kann. Sonst hätte ich jetzt schon weiter gemacht. Aber das geht halt tatsächlich nicht. Wir müssen noch Afra holen. Fangt ja nicht ohne uns an, Freunde. So. Äh. So, nun schlafe ich noch bis zum Morgen. Ich will das nicht im Dunkeln machen. So, und jetzt gehen wir mal Leute exekutieren. Kommt, Mädels. Juhu. Ich führe euch aus. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Oh, Gott. Ab mit deinem Kopf. Okay. Oh, oh, Aphra hat sich nämlich verliebt. I'd love to spend some time alone with you. Ei, 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 ei. Na los. It would be my pleasure. Meet me outside my room the next time we return to my house. I, I'll be there. Anything else? Nö, nö. Das ist aber schön. Da gehe ich doch gleich mal nach Hause. Und das ist aber fein. Ich sag ja, du musst die Mädels zu so einer schönen Exekution mitnehmen. Und dann, dann läuft's. So, ist sie jetzt vor meinem Zimmer? Ich bin ganz schön furchtbar angezogen. Ach, Aphra. Na klar. Ohne Helm und ohne Gurt. Hi, Aphra. Die guckt davon ein bisschen erschrocken. Und unter vollen Rüstung schön mit der Platte ins Bett. Jawohl. Oh, Leute. Das wäre vielleicht besser gewesen. Wir hätten uns vor ein bisschen umgezogen. Oh, je. so bin ich naja, jetzt habe ich Siora rausgekickt das ist ein bisschen ärgerlich ja, Entschuldigung, Siora Karantz, do you need something? naja, aber die kriege auch neben höher, ich habe eh keine Chance das mit Siora habe ich wahrscheinlich verkackt so, aber Siora und Kurt ist das magische Team ach, also gesehen, wie sie von oben jetzt hier reingehüpft ist so, und jetzt werden wir mal hier die Allianz schmieden das war ja der ganze das ist der ganze Sinn dieser lustigen Aktion so, was habe ich denn jetzt noch für eine Quest offen? ist Bindung drin ja gemeinsam für Tier 3D jetzt geht's los so, Brückenallianz wenn die jetzt mir nicht helfen dann mache ich es ohne die so, Schluss, Aus, Ende jetzt gehen wir mal gucken hier Status Tag, ich bin jetzt da ja Jo Hä? Bilder ein der Allianz, um das Heiligtum zu schützen hat doch aber funktioniert Glendan ich habe keine Ahnung, warum es da jetzt in Kreize reingemacht hat ich habe doch eine Allianz gebildet für alle so, also jetzt haben wir sie alle zusammen Nauten und Glaubensspinner und Wissenschaftsheinis und ja wir können die letzte Schlacht beginnen, denke ich wobei ich halt das Gefühl habe das sollte man beim nächsten Mal machen ich sage vielen Dank fürs Zuschauen bis dahin der Ära PROBA Vielen Dank.